Jo Leute, was geht? Heute schauen wir uns verbotene Brawl Stars Posen an. Ich bin gespannt, welche Stars Posen hier dabei sein werden. Lasst auf jeden Fall einen Like da, checkt das Originalvideo von Brawl Fusion Meme, wenn man das so ausspricht. Wir starten rein, let's go. Okay, okay, Bull hier mal am Rage. Lasst auf jeden Fall einen Like da und checkt das Originalvideo ab. Okay, Bull mal am Ragen wieder. Ja. Okay, let's go. Oh oh. Ah, das hier tat... Was ist das denn? Das tat weh. Hä? Ja, Dinger. Oh mein Gott, er hat einfach die Waffe zerstört. Oh wow, wow, Bull. Oha, Bull, chill mal. Bull hat einfach in Sprout reingeschossen. Oha. Oh oh, was passiert jetzt? Yo, yo. Oha, Ronin Ruffs hier mal wieder komplett am Ragen. Ruff hier komplett am Ragen. Autsch. 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 Das muss wehtun. Oh oh. Yo, wie Bull einfach in seinen Kopf schießt. Deswegen wurden die Brawl Fusion auch verboten, ne? Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Video, denn er hat hier leider nicht alles in einem Video gepackt. So. Ähm, Ronin Ruffs plus Paladin Surge. Okay, let's go. Wir schauen rein. Weiter geht's. Oha. Oha. Ruffs, Ruffs schießt hier einfach auf Piper. Okay, ich bin gespannt, was die... Und was wird jetzt passieren? Oh, ja, okay. Er hat einfach... Ja, schau, Ruffs so ehrenlos, ne? Er hat einfach von Gales Ding zerstört. Schade. Das ist schade. Schade von Ruffs, Leute. Schade. Autsch. Schau, wie ihr ihn noch anschaut. Schau, wie ihr ihn noch anschaut. Der schaut alle so an. Schaut, achtet mal drauf. Der schaut einfach so alle so an. Nein, sogar das Eis ist rausgefallen. Und jetzt. Oha. Nein. Er hat Surge kaputt gemacht. Okay, das hatten wir doch. Schon im letzten Video. Das hatten wir auch schon im letzten Video. Oh oh. Nein. Nein. Ruffs hat... Ruffs hat den Baum... Ruffs macht ja alles kaputt. Kulner Ruff macht ja alles kaputt. Er hat jetzt vorher... Die vorher noch Lure kaputt gemacht und Surge. Und jetzt macht er noch... Oder von Gale sein... Seine Trommel. Und jetzt macht er noch von Frank den Baum kaputt. Ey, ehrenlos von Gale. Ehrenlos. Ah. Nein. Als ob er ihn geholt hat. Okay, schade. Schade, schade. Okay. Jetzt kommen die... Jetzt kommt... Bo, oder? Jetzt kommt, glaube ich, Bo. Ah, nein. Wie viel Pech... Wie viel Pech kann Hodesboe haben? Hodesboe, ja. Schaut euch das an, wie viel Pech da hat. Der schießt erst mal in sich selbst. Und dann fällt noch der Baum auf ihn. So viel Pech kann man nicht haben. Okay, let's go. Let's go, let's go. Brawl Stars Fusion. Ähm, ähm. Nein. Nein, Bo schießt seinen eigenen Skin an. Bo ist nicht so... Bo ist ernst, oder? Bo schießt einfach seinen eigenen Skin an. Okay, selbst ist Sandy. Jetzt hab ich gegähnt wegen Sandy. Und Sandy schläft einfach weiter. Der Klassiker. Sandy schläft einfach weiter. Ah, Daryl versteckt sich in seiner Rolle. Oh, nein. Was? Frank, schau wie Frank sich sogar noch an seiner... an seinen Kopf hält. RIP Piper. Was ist das denn für ein Song? Okay. Okay, ich muss die ganze Zeit umschalten. So. Funniest Video of Bo. Okay, nochmal Bo, okay. Autsch. Autsch, Sprout. Brawl Stars Fusion. Ah, Max. Autsch. Das muss wehtun. Wenn Bo dich irgendwie random anschießt. Nein. Nein, Bo ist... Karl ist wegen Bo gesunken. Als ob. Ja, Nani. Leon erstmal verwirrt. Oh nein. Ähm. Schon ein bisschen Zass, ne? Direkt zwei Pfeile. Direkt... Und dein Mike juckt einfach nicht. Dein Mike springt hier weiter, ne? Dein Mike juckt es einfach nicht. Und Gail? Ah, Digga. Einfach da getroffen. Exit. Exit. Nein, Loose Eye ist rausgefallen. Und jetzt Amber. Jetzt wird's verbrennen. Nein. Oh. Amber ist verbrannt. Okay, Daryl versteckt sich erstmal. Yo, Piper hat ab... Oha. Piper hat einfach abgewehrt. Oha. Oh. Da hat er wohl die Star Power an. Ja, Bale-Helfer schon vorher runtergefallen. Bale ist kommt einfach schon vorher runtergefallen, bevor er getroffen hat. Oh, der Tag. Und Colette auch mitten auf dem Kopf. Ähm. Wie sich alle so... Wie sich alle so zusammenziehen, ne? Nein! Oha! Bei 8-Bit fallen gleich alle Körperteile um. Äh! Ach, wird nach einem Hit komplett kaputt gegangen. Okay, beheult erst mal. Tara. Oh, oh. Wird das El Primo abwehren? Wird der Box das abwehren? Nein, Genie! Hä? Der Hut erst mal zweimal abgefallen. Hauptsache, Colette hält ihr Buch. Hauptsache. Oha! Oha! Crow springt erst mal auf den Pfeil drauf. War so ein Flex. Krass. Oh. Da war es nicht so gut. Tick explodiert. Hä? Er hat einfach Tick seinen Kopf weggeschossen. Er hat einfach Tick seinen Kopf weggeschossen. Mordeswert ab. Aber der zweiten hält er nicht auf, oder? Oh, okay, doch. Wow, der der war clean, der war clean. Der war, oh, das Mut, wie man sagt, einfach nur noch. Oha, oh, ich kann ja sehr gut ab, auf, ausweichen manchmal. Nein! Oha! Feuert direkt 3 aus. Auch, auch aufgehalten. Ok. Also, ne. Ähm, ähm, was? Warte, boh, boh. Oha, boh, Digger. Chill mal, boh. Boh, übertreibt komplett. Yo, Surge! Oha! Junge! Kann verstehen, dass sie jetzt hier verboten wurden. Ähm, was, boh? Oh, boh, was macht boh, bitte? Was? Was? Okay. Okay. El Primo, vorher drei Pfeile von Burr abgehalten. Jetzt holt er wegen, weil er ihn einmal... Und jetzt, er verschwindet erstmal in seiner Pyramide. Erstmal in seiner Pyramide verschwinden. Oh, über. Oha, erstmal Hut machen für Riko. Hä? Was macht Colt? Jetzt wurde es Colt jetzt hingesprungen. Wie holt diesmal nicht, zum Glück. Der Box hat geheult, aber wie nicht? Autsch! Äh, Shally schon... Shally einfach kein Bock mehr. Okay, Leute. Dann war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und Abo da. Checkt auf jeden Fall das Original wie ab und bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.